so das geht auch gott ist das schnell also nice das ding ist halt jetzt wir können halt nicht mehr noch mal rennen erst mal 40 reizt und schnell organisieren danke haben wir strom hinten nach großartig jetzt rente auf einer welt geschichte wo ist mit der villager in gelatscht und jetzt in der portal oder das ist ja schon im gefällt und dort warte mal das geht so einfach hier kostet wenn man sich tausend kostet dauert halt nur ewigkeit und gut da mal lieber weiter mit unseren gener also mit diesen immer servomotoren äh ja natürlich haben wir die doch nicht servomotor die sind ja einfach davon brauchen wir auch zum glück nur 19 stück heißt erstmal 19 mal zwei sind fucking 38 von denen hier äh haben tun wir davon im moment wie viele äh dann jetzt nicht so viel gut gut wie machen wir das jetzt gut 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 Äh, damm, damm Mh, äh, 32 und das jetzt ok so gut ist ja noch nur Gramm-Emitter das braucht alles jetzt schon wieder so viel Zeit das kotzt mich jetzt schon wieder leicht an na gut kann man schon mal schon mal die machen wo wir jetzt keine Hologramm-Emitter verbrauchen wenigstens so das ist ja nochmals der Quirin und Mistake Eisen mit und Nightwish haben wir noch nicht Fly Control Press Set to go down aber Schick werden schon installieren Autofito auch auch noch nicht genauer auch noch den LVR Kapazitäter Vorschau beginne ja sofort auf die Elite-Batterie das ist das aktive kamuflarsch ach deswegen das wollten wir nicht das sind alles klar ich bin dumm leider haben wir noch nicht gebaut schattet es schon da genau kinetik schick also da das abnimmt genau swim boost ok der oh gott ist das wird lustig so was war es zum Mann Fakten wollen wir für und das war kann ohne noch geht noch nicht geht auch nicht geht auch nicht dafür ist auch der Kraft denkt aber dann habe ich holz im Inventar natürlich habe ich holz im Inventar tak so so ich habe doch gerade ein crafting table gemacht auf na äh alter wieso schaffe ich das nicht mehr meine fresse also install install okay ich hab den diamanten vergessen install dafür haben wir die mich schon mitgenommen und es noch ein paar diamanten dann auch noch mal v kapazitatoren war eine perle und kölf und fänderperlen wenn ihr müsst und also noch da in dem so ohne denn in so LV Kapazität ist LV Kapazität ist eher so die Frage Papier und Eisen davon brauchen wir glaube ich mal 3 Sagen wir mal Eisen dann noch Wearing Okay Schlafen ganz wichtig und danach waren wir noch Prozent uns für deine Plätze mit so dass man die Rüstung eine Diamantrüstung haben Ruhr-Rolli Faxen wir schon schnell Okay es ist ein bisschen ungünstig Oh mein Gott Prozent ihr habt Energie ist ja noch null weil wir noch keine Dinge haben aber die Liederbatterie installieren wir schon mal Insta 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 Was soll das eigentlich Milleboost Part 2 Punchen sind Hitter oder Ja Macht Sinn Äh was war das Nein da war doch hier auch noch irgendwo was Womit den Dingens brauchte Ich weiß noch nicht mehr genau wo Äh was war das hier Äh was war das hier Ja wie Äh Nein Warte Jetboots Aber fuck die Wolle Hat schon wieder vergessen alter Äh Swim Nein 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 Wursch Swim Helm Ja Hier glaube ich war das Genau Genau Äh Jep Okay jetzt haben wir noch irgendwo eine Lol Aber hier haben wir schon Tatsache wir haben schon Strom Jetzt haben wir noch nicht viel weil wir noch unser Ding noch nicht Wirklich hoch gedreht haben Äh wenn wir jetzt jetzt hier mal die Batterie Können wir hoch den bis zum Ende ne Lassen wir das heißt die ähm Bestandemäßig Machen wir die mal auf Reichen wir die auf 3 Och Gott So DPI ganze runterstellen damit ich mir auch ja Ja Ähm Minus Okay wir stellen sie auf 4 Weil es einfacher ist Hier auch auf Ja obwohl der braucht ja eh nicht so viel Na Lassen wir mal 4 Deswegen haben wir halt auch nur die Elite Storage Weil die können wir hochdrehen und ist dann auch schon mal nicht effizient Die anderen Storages dazu kann man es auch machen muss aber nicht So warte Nein Warum lag das denn so Aber lag gar nicht Ich bin einfach nur zu dumm Ja super Kann man sogar genau einstellen So 4 4 Ah genau damit kann man die Teile jetzt effizient machen ne H Was ist das denn ne Schaufel Power Clock Power Clock Das ist ne Picke Bah Fülls alles nicht mal So Das wir jetzt ausprobieren Wo ist ne Handschuhe Ähm Tolle Sache Kannst du ja mit diesem Handschuhe alles mögliche man das ist doch voll toll Ich kann sogar schon hier hoch Ähm Jetpack Genau das ist auch noch das Wichtige Ähm To protect Jet Trust So reicht das Nein das reicht noch nicht Ich kann es mal hier so auf 60 Also 100 ist halt wenn du das voll aufträgst dann geht das Zafir schon mit Katze Bleib stehen Und kommst dann halt mit Z wieder runter Aber dafür muss ich den Zoom umlegen Ähm Wo ist er denn Controls Den Zoom lege ich dementsprechend mal auf Home Steht eigentlich Post 1 Ja Back to game Ah So Ja Das geht Oh Gott ist das schnell Wuh Also nice Das Ding ist halt jetzt wir können halt nicht mehr noch mal rennen ne Wuh The fuck Alter Oh ne Aha Oh fuß Ist das schnell Oh ne Yo Yo Wahrscheinlich Allacht Dass sie nicht mehr runter gehen Ist es Ah Oh mein Gott Oh Alter ist das schnell Geh wir doch auf Ja Ja Oder wir holen uns einfach noch Gliderwings Haha Kommen wir nicht auch mit Shift runter Halt nur mit vorwärts Ähm Gliderwings Was Okay Einfach nur ein bisschen heißen Ja Das geht ja ab hier Ach du scheiße Das geht ja ab hier Ja Das geht ja ab hier Das geht ja ab hier Das geht ja ab hier Jolo Jolo Jetboosts haben wir eh schon Aber das war auch lustig Stell wir die mal voll auf volle Möhre ne Schaut euch erstmal an Wuuu Uuuu Ach du scheiße Ähm Habe ich die Kleiderwings schon installiert Ich weiß es nicht Äh warte mal Wenn wir mit Z zum Runde kommen Geht auch nicht viel schneller ne Oh mein Gott Au Au Ah Ich bin zu schnell Scheiße man Das ist ja Hä Ich habe den Ich habe den Bergauf Support hier Das ist erstmal also noch brauchen wir uns auf jeden Fall hier den Schock installer Äh Volle Möhre aufdrehen Ich weiß es nicht Ja Wahrscheinlich schon Aber Alter Also die Chatboots stellen wir erstmal schön runter Genauso wie das Chatpack Das ist Zu stark Das reicht auch so Okay Ich klapp mir jetzt schon stehen Okay Stark ist ein bisschen abenteuerlich Aber es passt schon Ich weiß nicht wenn die Fly Control runter machen Sinkt mir dann automatisch Folend ist wie ich es glaube ich ich was sicher es wäre Sort